Wir sind logischerweise wieder in Satisfactory und überlegen, was beziehungsweise, wow, wow, danke. Ich bin schon die ganze Zeit, du hast schon bewegt. Ja, willkommen, in Satisfactory, genau. Gleich ohne Matze. Ach, jeder. Was ist los, Nico? Wo bist du denn da unten? Das hat sowieso geklappt, okay. So, auf jeden Fall hoffen wir hier das Lagerboden anrichten und generell die Maschinen hätten alle in den Plätzen und schon mal die nächste Etage ist. Äh, genau. Ich würde halt erstmal hier die Wände austauschen, weil hier mit diesen Fenstern, da sieht ja nicht gut aus, oder? Finde ich halt tendenziell komisch. Ah, aber bei, die Tür kann bleiben. Nein, ich auch bleiben. Durchfällst du ja fast das Ding, da hätten die Außenländer abhauen, ey. Was ist denn? Nice. So, äh, irgendwas mit Wände hab ich gehört. Genau, weil jetzt ganz normale Wände... Ja, hier finde ich auch nicht, wie um die ist. Doch, ich. Ja. Ja, wenn wir ihn anmalen, würde ich sagen, guck mal irgendwann mal. Also nicht jetzt. Ja. Erst mit Robotage bauen, das ist ja nicht wichtig, das ist ja nur Optik. Und irgendwie wollen wir langsam mal auf die besten Miner gehen und so, was echt wichtig ist. Ach, die würde ich jetzt müssen noch anmalen, so. Ja. Ach, und da hinten. Ah, guck mal, die sind jetzt wieder... Oh, Chris, jetzt. Wollen wir jetzt erstmal die ganzen, ähm, Container reinstellen, oder wollen wir jetzt erstmal die Produktion nach vorne? Äh, pff. Erstmal würde ich... Ne, ich würde jetzt erstmal die Container reinstellen, weil wir müssen sowieso überlegen, wie die, wie wir die Ressourcen von unten hier rausziehen, sollten wir jetzt überlegen. Ja, okay, machen wir. Okay, deswegen würde ich sagen, platzieren wir schon mal die Container. Ich glaube, wir hatten überlegt, dass das, wie wir für den Rotoren und modularen Rahmen machen, ob wir die oben und unten produzieren, produzieren oben, einlagern jetzt doch oben, weil das noch unten, ja, wir haben oben genug Platz, also warum sollen wir nicht hier oben einlagern? Richtig. Richtig. So, die Antwort-Items, wie die Fortschrittsichererinnen. So. 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 Exakt. Mal schauen, ob wir auch mal so ein Ding. Klar, natürlich. Oh, ich habe keinen Eisenplatten mehr. Oh! Ich auch nicht mehr. Ich brauche... Auf einem Container reicht es noch. Egal, ich bringe die mit. Okay. Schaust du, wie es in der Time war, ob ich da hatte das unten, ey. Bei dir nicht so. Bei draußen ist es ja, aber... Ja, zum Glück. Wie viele Eisenplatten haben wir denn? Oh, ja gut, zweieinhalb Container. Ja, der Eisenplatten wird mittlerweile wieder einlagern. Mann, ey. So. War schon geil hier. Neuplatten sieht aus, ob wir es ja noch nicht geschafft haben. Ja. Äh, ach so. Vielleicht sollte ich das mal Eisenplatten geben. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht unten in den Gebäude dann auch ein Sprungkret da oben machen. Die obere Etage. So, wenn nicht immer noch ganz außen und anfangs nach Bess rennen müssen, um in die nächste Tasche zu kommen. Das stimmt. Ja, mal gucken. Aber, muss jetzt nicht sagen. Was? Da sind die Eisenplatten. Ah, ja. Perfekt. Danke. Wie nur 200. Was hat das denn jetzt? Ich meine... Oh, jetzt habe ich nicht genug Stahlrohre. Ne, äh, Eisenstangen. Nicht Stahlrohre. Äh, ich habe 38. Hilft dir das? Ich, äh, hol mal. Danke. Eins, zwei, drei... Vier, also nochmal vier Container. Okay. Äh, was? Vier, vier? Nee. Es muss... Es muss... Es muss fünf, drei... Ja, aber es muss fünf, drei sein, nicht vier, vier. Ja, wegen der Typen, weil ich weiß. Es ist ein Zusammteil. Gut. Gut, gut. Ui. So. Ups. Deine Stahlrohre. Ähm. Weiter. Mhm. Ähm. Ja. Joa. Passt. Was ist die Ritualsinn noch? Ja, toll. Eins weiter. Da, wo es nicht weitergeht jetzt. Weil wir das Fundament weggemacht haben. Ja, nice. Dann würde ich auch direkt die besseren Förderbänder anschließen. Oder? Die DMK 2 ja komplett. Ja. Ja. Wir haben ja so viele Dinger. Ja, würde ich die komplett nehmen für alles, ne? Ja. Einheitlich. Ich meine, dann werde ich grad mal schnell das offen raus verschmeißen. Das DMK 1, ne? Ja. 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 Wieso? Ach, hier hast du schon viele Dinger. Ah, scheiße. Oh, jo. Heck, man. Wow. Du gehst doch in die richtige Richtung. Jo. Oh, bist du durch? Ja klar. Dann hält ich dann gar nicht dabei. Ich bin doch gleich mit der dritten Reihe schon durch. Oh, jetzt habe ich keine versteckten Eisenplatten mehr. Och, nö. Ja, geil, ich kann helfen. Juhu. Ich bin nicht ganz unnütz. Geil. Aus dem 2 sind wir. Wow. Na gut, dafür nimmst du meinen Job dann in Wockertlick halt immer, ne? Den ich hab heute hier aber. Das ist unnützhaft. Warte, wie viel haben wir denn erstmal? Ah, zwei. Komplett, also nein. Exakt zwei Container. Ist nun mal nice. War perfekt. Ja gut, wir brauchen ja einiges hier. Ja. So, dann als nächstes äh, draußenes Zeug. Die Produktion. Beziehungsweise erst mal die Dach hochziehen. Scheiße. Äh. Ja, wir müssen das nochmal machen. Äh. Okay. Ich test einfach irgendwas. Erstmal herkommen wegen, wegen, wegen verstärkter Standplatten. Boah. Ah. Ich hatte auch noch welche. Glaub ich. Nee, doch nicht. Warte, nur noch 30. Okay. Ich hab wieder voll. Hm. Warte mal ganz kurz. Ich mach grad die Spender hier. Äh. 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 Die Frage ist, holen wir hier alle Ressourcen hoch oder nicht? Ähm. Ich würd auf jeden Fall damit rechnen, dass wir alle hochholen müssen. Also damit würd ich safe rechnen. Weil, nicht dass wir dann nur 6 hochholen und dann fehlt uns das und es passt nicht mehr hier richtig hin. Okay, 3 nehmen dann als behindert. Aber das heißt davon, wenn wir, wenn wir, wenn wir hier oben durchziehen würden. Und dann hier quasi, also dahinter halt. Äh. Äh. Ne? Ja. Und dann aus dem Lagerhaut, wo ich richtig rausgehen, dass man auch sieht. Und nicht irgendwie unterirdisch, was man durchaus sieht. Weil hier haben wir, wir haben hier eh keinen Input. Ja, das stimmt. An sich kann man direkt hier hoch und dann daraus, ja. Ich hab kurz über die Frage, ob wir die 3 nehmen. Ich glaub 3 ist zu eng, oder? Hm. Das, hm. Ja, warte, 2, 4, 6, 7, ja. Ich würd 2 nehmen, ja. Und dann halt hier der 1er bleibt. Äh, welcher? Oh, der, ja, ja. Äh, irgendwas wollte ich grad... Äh, doch passt, 7. Wollte ich schon sagen. Ja, okay, passt. Cool. Ja, genau. Dann muss das nur irgendwie da mit den Sachen ankommen. Wir müssen dann nicht hier halt hoch. Das heißt, wir können ja hier das Fundament schon mal wegbauen. Prinzipiell. So. Können wir ja hinbach mal zum Waffs zukommen. Später. Tschüss. Ah! Ach, Arsch. Okay, cool. Äh, ja. Wollen wir noch nicht ganz allen, aber zumindest mal bis hier, würd ich sagen. Ja, ja. Mal gucken. Äh, wo ist jetzt was? Äh, wo ist jetzt was? Ja. 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 Na, gucken wir mal. Hallo? Beziehungsweise... Wir müssen sowieso gucken, wie wird das alles hier hochbekommen. Oh, ich glaub, das wird... Schau, wie geht. Ja. 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 Können wir mal wegmachen kurz hier. Können wir mal wegmachen kurz hier. Können wir dann machen. Ich kann mal testen, weiß ich nicht. Ich würde gerne Böden mit Läschern haben. Ja, cool. Da hin. Das stimmt. Ah, okay. Es geht doch automatisch. Okay. Äh, so... Ja. Höher? Mach lieber noch eins höher. Sicher, sicher. Oder schließ doch da an und dann mach ich einfach dran. Bzw. Gar nicht. Du musst unten anfangen. Du musst unten anfangen. Weil unten ist auch gut. Ja, ich hab da noch ein Vita dazwischen muss. Nee, muss nicht. Unten passt's. Oh, fang. Ähm. Ja, noch höher. Ich nehme an, das habe ich nicht geholt. Äh, doch, doch. Höher. Höher, immer höher. Jetzt noch stehen drunter, was ist zu hoch, Nico. Äh, jetzt noch mal ein bisschen, äh, egal welche Richtung. Äh, noch höher. Bin da. Nicht drehen. Höher. Noch höher. Perfekt. Ach, mich könnte ich auch so verbinden und unruflich bin nur dazwischen, ne? Genau, es geht. Ah! Okay. So? Ja. Ich glaube, es geht, glaube ich sogar. Also, als es zu hoch wäre, als es zu höher wäre, geht es nicht. Wieso? Ja. Aber eins höher kann ich theoretischerweise noch. Nee. Hä? Das ist rot. Probier mal. Noch höher? Oh, stimmt. Nee, dann nicht. Also, ah. Zweit höchst. Cool. Und dann muss jetzt irgendwie die Fließbänder daraus, äh, den ganzen... Bäh. Sehr krisch. Äh. Ja, geil. Wie mache ich denn das jetzt hier? Bisschen witzig, Nico. Ja, sehe ich genauso. Nein? Ach, komm schon. Sag mal, du warst wegen dem Ventilator? Hallo! Oh, scheiße. Hast du gemacht? Ja, ich bin runtergejumpt. Ich hab mal vergessen, dass die komplette Vorderei fehlt. Direkt wieder saß nach unten. Wow. So, jetzt... Da wirst ich glaube ich, dass ich mit den Fließbänder machen soll, ob ich mich abschließen kann, wo ich den Pernüppeln setzen muss. Ja, das ist schwierig. Ja, oder... Warte. Ich würd von hier... Aus... Platt... Können wir das denn? Da... Ja, können wir. Warte. Warte. Ich werd mal den so... Machen. Wollen wir dann hier oder hier machen? Weil ich würd sagen, wo ist ein bisschen Abstand, oder? Weil oben gehen wär sowieso auch so raus. Weil wir haben ja die... Schuhe, wir haben gleich hier auch jetzt. Okay. Warte. Dann ist der links aber... Falsch. Warte, ich hab ne Idee. Ja, mach du mal. Ich trau dir da. Sehr gut. Äh... So. Da müssen wir durch... Das hat... Oder? Ja, bei eins auch noch links von dir zu sein. Ja, denn nur der... Stimmt. So. Ja, genau. Fein. Verdammt. Mach ich hier gar keine Hände, mach ich auch nicht die Klippe rein. Das heißt... Zwei... Vier... Sechs... Sieben. Zwei... 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 Hier ist natürlich voll in die falsche Richtung, das Ding. Scheiße. Wo könnte gehen? Ich könnte mega scheiße abschätzen, was so passt, oder nicht? Ja, irgendwann kann man das einigermaßen. Zack. Ja, ich bin halt noch nicht... Ah! Ja, danke, Nico. Ja, okay. Danke. Ja, ja. Das ist zum ersten Mal einigermaßen im Spiel. Wobei ich hatte schon immer mal wieder eine Stelle, aber relativ selten. Ja, gut, bei meinem dunklen Bildschirm, ja. Aber da, wo ich das Dach gebaut habe und dann später drinnen war, da war zu lang. Ja... Eins, zwei, drei, vier, dann mach ich... Hier hin. Okay, da noch eins. Wow. Eins. Eck da. Erstmal bist du da, du kannst nicht viel länger machen. Ich will aber... Nee. Oh. Das steppt, Nico. Ähm, nein. Aber ich würde es gerne nochmal abbauen. Einfach so. Wow. Ich vertraue dir da, weißt du? Nee, warte, hä? Aber ich kann von mir orientieren. Hä? Nee, warte mal. Deins ist steppt. Was ist das? Das hier aber auch. Die Kabel aber auch. Das ist gerade. Guck dir mal die Draht an, Alter. Guck mal hier und... Nee, der ist auch schief. Der ist gerade. Guck dir mal den Abstand hier an und da drüben. Das ist auch schief. Ey, Nico, der ist schief. Oh, Mann, ey. Verdammt. 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 Ja, weißt du, wir sind echt Profis, ey. Okay, also der muss da hin. Der muss aber dahinter. Psi. Ja, das kann ja mal passieren. Bei beiden drehen. Ja, aber ich glaube, sonst passt... Oh, der ist aber auch schief. Das ist gerade jetzt. Ja, passt. Und hier? Ja... Ja... Das ist gerade, ja. Das ist keine... Warte. Ist der jetzt schief, oder ist der gerade? Der ist gerade, ja. Ey, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ordentlich nicht. Falsch, doch... Ist das gerade? Manchmal ist das immer richtig schwer zu erkennen. So doch eigentlich, oder? Bin ich voll doof. Okay, eins weiter zu... Dann noch zurück gerade. So passt, glaube ich. So kann ich natürlich wieder mal wieder nicht. Jaaa, sollte passen. Ja, cool. Wow, endlich haben wir es mal hinbekommen. Okay. Oh, wie ist es halt. Ja, absolute. Und jetzt? Dann gehen wir jetzt mit dem... Ja, erstmal... Genau, erstmal noch voran. Und dann da dran. Und dann da dran. Und dann da noch durch die Halle noch bisschen durch. Aber eigentlich ja nicht. Also ist hier dran, da wird ein Lüfttoren raus, oder? Schlauß, doch. Ja, das stimmt eigentlich dann. Ja, los. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt einen MK2-Lift dran baue? MK2-Wallermatch? Das ist wahrscheinlich genau falsch rum, oder? Ja, hier, hier. Jetzt geht es genau in die falsche Richtung. Belastend. Okay, ich muss kurz hoch und die Dinger dann bauen. Ach, komm schon. Spielabsturz. Was? Nein, nicht jetzt. Ich werde nochmal neu machen müssen, Alter. Dann, Nico, mach du das. Du bist schuld, ja. Mach du mich wegs, oder? Wollte mehr Arbeit haben. Fertig schlagen. Ne, stimmt. Ne, ich darf mir scheiße. Ich darf den anderen auswählen. Hm. Ah, ich geh ja schon raus. Hab mir ne. Ja, geil. Ach, ja. Sag mal wieder was, wegen Ventilator? Nö. Ja, äh. So. Da. Der Ärzt. Genau. Das ist jetzt nicht deren Ärzt, oh nein. Nein. Wow. Ja. Wir haben wieder Spaß, Matze. Nicht, Alter. Ja, gut, dass du wieder da gelebt, Nico. Mach schon mal. Ach, nö. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Ja. Ja. Gut, ich geh dann hoch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ne, ich darf. Ne, ich darf. Alter. Ja, ich darf. Ja, ich darf. Ja, ich darf nicht bauen, Nico. Sehr ärgerlich. Mmm, wer liegt da noch? Ja, ja. Ich sehe das so aus, du kannst. Nein, ich hab mich schlecht, man. Jetzt wird das bauen. Das dauert doch mal je. Ist das hier? Ja, noch nicht mal richtig verbunden. Nice. Äh, wo? Wo bin ich rein? Da. Ja. Ja, bestimmt so, oder? Ja, bestimmt. Hundertprozentig. Ey, das ist schepp. Scheiße. Was hat er da vor? Okay. Stimmt das hier dann überhaupt? Ja und ja. Ich überprüfe mal gerade. Schöne. Ah, diese Kupfer schon. Ohne Tal bekommen wir dadurch, ey. Die Sache abgeleitet und hier platzieren. Ja, klappt doch so. Das machst du auch. Ah, okay. Jetzt bin ich schon wieder da hoch. Wo hast du den jetzt denn eigentlich? Oh, nö. Das war glaube ich zu weit. Den jetzt sind wir hier auf die vier. Und auf die fünf. War das da gewesen? Das passt. Das passt. Gut. Ich würde mich hier draußen kurz süß wieder rausziehen, sonst würde ich dir die hier richtig falsch rum machen. Äh, raus platzieren? Ja, aber ich hier oben die Dinger sind dran machen können. Die, äh, Lüfte. Oh, gut. Äh, ja. Da hängt doch so eins vor der Freilist, ne? Ja, ja. Ich glaube, bei dem habe ich es nur noch gegessen. Meine Rappen kannst du auch prassen. Okay. Gott, Paul, nix. Alter! Fehl dich nicht. So, zwei, vier, sechs, sieben. Das heißt, da kommt auch die Platte hin. Cash, komm. So, eins, zwei, drei, fünf. Eins, zwei, drei, fünf. Und sieben. Ich glaube, du hast da nicht ganz richtig gezählt. Okay. Ach, wie geil. Ist das gerade? Ja. Okay. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich rate jetzt, dass die Dinger zu lassen. Oh, ja. So, was soll man tun lassen? Okay. Oh, ja. Oh, ja. Ist nicht angeschlossen? Weil ich das noch im Nachhinein machen sollte. Jetzt aber keine Platten mehr habe. Pfff. Das ist ja überlastend, Diko. Ich weiß eigentlich gar nicht dumm, hier runter zu springen sogar. Äh, warum fließt hier noch nix? Ach, da hast du auch noch nicht gewonnen? Wow. Ja. Ich komm nicht mehr weg. Geht ja logisch, weiß nicht. Genau. Äh, versteckte Eisenpfeifen sind hier. Ah, ich hab ja noch welche. Easy. So, ist funktionell. Perfekt. Ja, jetzt werden wir auch benügend erst mal haben. Wir müssen da rausgekommen, Nico. Inwiefern? Ja, ich bin da raus aus dem Tisch. Runtergesprungen bin ich. Welcher sowieso versteckte Eisenplatten noch? Da, bei den Liften. Ah, lol. Ja, gut, natürlich so. Da sind direkt ein Lager, ey. Okay. Aber hier fließt noch. Ah, jetzt fließt es. Okay. Ich hab ein paar zu flossen zu haben. Ah, gut. Passt. Sehr schön. Cool. Ich weiß gar nicht. Ist doch schon fancy. Hm. Ja, hier hab ich allzu viel aufgezogen. Wieder weg. Ja, wo können wir euch auch da die Wand zum machen, oder? Bisschen durften. Äh, warte, ich komme. Wo die Wand zum machen, ja, wo du eh nichts reinbrotst. Ja, da, wo unnützt Input ist. Ja. Da wo unnützt Input ist. Da wo unnützt. Da komm mal, komm mal, komm mal hier hoch. Hä? Eigentlich könnt ihr die Klassen, die wir euch brauchen, zumachen. Das ist vielleicht cool, aber anders. Ich weiß nicht. Ich find's so eigentlich passender, weil hier sind halt die ganzen Outputs. Ja, okay. Das war so. Okay. So, das war so ein schönes Bus-System, was echt fett ist. Also ein bisschen vielleicht noch ein bisschen näher aneinanderbauen, oder so. Weil so nicht nur Wasser abgreifen können. Nee, ich würd so lassen. Weil... Es sind halt vier Platten, ne? Das stimmt. Das Problem wäre dann halt nur beim rausziehen, eventuell. Also beim rausziehen kommt sowas. Weil es dürfte... Doch, es dürfte eigentlich gehen. Ah, gut, das dürfte eigentlich gehen. Tja, wir wollen das machen. Weil das die echt so rausziehen, oder? Oder wollen die lieber stapeln, oder irgendwas anderes machen? Ja... Weil das ist echt zu fett, oder? Ja... Weil wir brauchen Platz. Und wir müssen echt... Ja, aber stapeln ist... Wir wollen hier acht Produktionen bauen, und unten haben wir drei oder vier. Oder jetzt mehr. Sechs, sieben. Und wir wollen mehr Produktionen unten haben. Hm. Das ist schon heftig. Und wir werden lange nicht so viel versorfen reichen, weil wir so einen mega Puffer haben, ne? Ja... Das ist echt, wenn wir auf eurem Auge behalten, damit was läuft. Das Problem ist, stapeln... Ja, ich weiß nicht, weil wenn man... Also angenommen, wir würden zweimal zwei Stapel machen, plus... Beziehungsweise... Nein... Also angenommen, wir würden das wie folgt machen... Ich weiß nicht, das ist so... Ich weiß nicht, das ist so... Ich weiß nicht... Es ist halt nicht... Ich meine, so nur zwei... Nur zwei Platten und wir kommen... Einigermaßen... Okay, wo dran? Äh... Watze? War das wirklich echt so unterschiedlich gebaut gewollt? Oh! Ja, klar! Warte, wir können doch sieben nebeneinander machen. Das hab ich gar vorgehabt, was wir wissen, ob das für Achtstand oder Unaufstand geht. Das geht nur ohne. Aber du meinst auf. Ging jetzt nicht auf. Mit Lift. Ah, mit Container. Das ist doch so. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Will ich bevorzugen. Halt auf einer Ebene. Oh Gott, dann machen wir das so. Bei mir ist das eigentlich egal. Abzweigen, geh mal auf die zweite Ebene und dann wieder runter oder so. Oder nach unten. Und dann abzweigen. Oh, nach unten. Okay. Warte dann. Aber eins, zwei, drei, was ist da? Eins, zwei, drei, vier. Was hab ich denn falsch gemacht? Ach komm schon. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. Gut. So, was geht der gar nicht? Scheiße. So, mach ich die Dinger noch rein. Hm. Ich bin gar nicht, wie die Stapeldinger gar nicht brauchen. Eigentlich brauche ich nur hier unten. Ja, aber ich finde es so schöner, ja. Und wenn wir da mal hoch müssen, um irgendwo abzuzweigen, haben wir die Dinger schon. Das stimmt. Und dann müssen wir da eigentlich nicht mal eins drauf platzieren, sondern können direkt da drauf. Wollen wir uns vielleicht mal einen Sprung Ding überlegen, für oben und unten? Weil ich müsste jetzt runter. Ach, geh jetzt mal einmal. Ich habe eine Idee, tatsächlich. Oh je, ja. Weil hier ist... Ja. Aber theoretisch könnte man das hier zum Beispiel erweitern, um zwei Blöcke. Ja. Und dann das dazwischen hämmern. Aber so tun, als würde das komplett bis nach unten gehen. Wie der Lift. Wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt... Ja, ja, was ich meinst. Achso, ich brauche mit Jongen. Ja, stimmt. Könnte man machen... Das Problem ist nur... Ich würde auch mal so ein Fall-Ding machen, aber ne. Ja, das geht ja auch. Beziehungsweise da müssten wir dann halt schauen, ob wir... Das... Das ragt ja dann bis hier hinüber ungefähr. Ja, ja. Müssen wir halt gucken, ob es hinpasst. Aber ich würde das halt hier gerne am Rand eigentlich machen. Mal testen. Okay, aber vielleicht noch nicht mehr zu viel. Ich bin aber ab. Ja, wenn wir es abnennen, oder? Möglicherweise. Das schon... Äh, du kannst mir bitte ein Stück zurückgehen. Ich will nicht, dass du runterfällst. Wenn ich das hier abbaue. Was... Was... Ach, Quatsch. Okay.